Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer täglichen Dosis Ikea. Also gut, fangen wir an. Als erstes haben wir den Idanas Nachtisch für 150 Euro. Ich liebe das zeitlose Design mit moderner Funktionalität. Der offene und geschlossene Stauraum ist perfekt, um Ordnung zu halten, und das Kabelloch ist ein Lebensretter für Technikliebhaber. Kommen wir nun zur Blanda-Servierschale für nur 4 Euro. Diese Schalen gibt es in verschiedenen Materialien und Größen, was sie unglaublich vielseitig macht. Ob Sie ein Buffet ausrichten oder einen gemütlichen Filmabend mit Popcorn veranstalten, diese stapelbaren Schüsseln sind ein platzsparender Traum. Der Voxlaufstuhl für 100 Euro ist ein wahres Geschenk der Natur. Das Gestell aus Bambus ist nicht nur robust, sondern auch wunderschön. Die handgewebte Sitzfläche aus Papiergarn verleiht dem Stuhl eine einzigartige Note und sorgt für ein bequemes, elastisches Sitzgefühl. Es ist ein Kunstwerk, in dem man sich entspannen kann. Wenn es um Komfort und Stil geht, ist der Sodaham ein Sitzer für 300 Euro ein Gewinner. Die tiefen, großzügigen Sitze und der luftige Look sind einfach perfekt zum Entspannen. Außerdem können Sie das Sodaham-Sofa individuell gestalten, sodass es sich für die ganze Familie eignet. Der Mobilangertisch für 700 Euro ist ein echter Hingucker. Die Deckschicht aus Eichenholz verleiht ihm Charakter und Charme und die schwebende Tischplatte und die Schwalbenschwanzverbindungen verleihen ihm ein handwerkliches Aussehen. Ein Tisch, der ebenso schön wie geräumig ist und sich ideal für Familienfeiern eignet. Der Odger Drehstuhl für 120 Euro bietet ein schlichtes Design mit ausgezeichnetem Komfort. Der schalenförmige Sitz und die abgerundete Rückenlinie machen ihn unglaublich gemütlich. Und dank der verstellbaren Höhe und der Drehfunktion können Sie Ihre perfekte Sitzposition finden. Für die Kleinsten ist der Agam Junior Stuhl für 50 Euro ein echter Knaller. Er hat genau die richtige Höhe für den Esstisch und bietet bequeme Fußstützen. Perfekt für Familienessen und Bastelstunden mit den Kindern. Für Vielseitigkeit ist das Hammann Sofabett für 100 Euro ein absolutes Mustef. Es lässt sich im Handumdrehen in ein geräumiges Bett für zwei Personen verwandeln und der bequeme Stoff macht es zu einem großartigen Ort zum Sitzen und Schlafen. Außerdem ist es so leicht, dass das Reinigen und Umstellen ein Kinderspiel ist. Gestalten Sie Ihren Tischschick mit dem Skogsrohr Serviettenhalter für nur 1,49 Euro. Er ist sowohl stillvoll als auch praktisch und sorgt dafür, dass Sie die Servietten immer griffbereit haben. Außerdem ist er ein Designerstück, das Sie gerne auf dem Tisch stehen lassen. Brauchen Sie eine Stärkung? Der Bäumentrittschemel für 5 Euro ist die Lösung. Er ist stabil, rutschfest und perfekt für Kinder und Erwachsene. Erreichen Sie sicher die obersten Regale und geben Sie Ihren Kleinen das Gefühl, ein großer Helfer zu sein. Wie wäre es mit einem subtilen Hinweis auf ein wenig Verwöhnung? Das Ostbit Tablett für 5 Euro ist eine charmante Wahl. Es ist etwas kleiner und leichter und eignet sich daher hervorragend, um sich selbst zu verwöhnen oder andere dazu zu bringen, sie mit ein paar Leckereien zu verwöhnen. Für alle, die Muster lieben, ist die Enthusiasmschale ein fantastisches Angebot für 15 Euro im Viererpack. Sie ist als Becher und Schale erhältlich und eignet sich perfekt für einfache Gerichte. Die verschiedenen Muster machen es einfach, sie zu mischen und zu kombinieren, um einen einzigartigen Tisch zu gestalten. Die Ikea 365 Plus Schüssel für 4 Euro ist eine klassische Wahl. Sie ist perfekt für den täglichen Gebrauch und kann mit bunten Accessoires aufgepeppt werden. Sie ist aus Feldspatporzellan gefertigt und behält ihre Schönheit Jahr für Jahr. Der Dimera Becher für 2,99 Euro ist mein persönlicher Favorit. Das mattglasierte Steingut verleiht ihm einen einzigartigen Charakter und Sie können Ihre Lieblingsfarben mischen und kombinieren. Außerdem ist sie spülmaschinenfest und damit die perfekte Ergänzung für jede Mahlzeit. Zu guter Letzt ist der Nysjohn-Hochschrank für 80 Euro eine fantastische platzsparende Lösung für Ihr Badezimmer. Er bietet reichlich Stauraum, ohne zu viel Bodenfläche zu beanspruchen und Sie können die Tür je nach Grundriss nach links oder rechts öffnen lassen. Ich hoffe, Du findest diese IKEA-Produkte genauso beeindruckend wie ich. Sie sind nicht nur funktional, sondern auch stillvoll und ich hoffe, dass Sie euren Wohnräumen einen Hauch von Komfort und Charme verleihen. Viel Spaß beim Einkaufen! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!